Hallo, hier ist Onkel Bitti. Ich zocke Battlefield 3 Multiplayer und zwar Team Deathmatch. Zumindest, ich versuch's. Ich hab voll Bock jetzt auf Team Deathmatch, da ich ja jetzt momentan sowieso alleine spiele. Ups, wo war das denn? Oh. Okay. Okay, so wird das nichts. Jetzt versuch ich mal hier rüber. Mal gucken, ob ich das überlebe. Sieht gut aus. Oh, oh. Den hab ich schon mal. Oh, da ist noch einer. Ah, okay. Das war mein Ende. Das war mein Ende. Gut. Aber es geht natürlich hier weiter. Natürlich. Wir lassen dich locker. Wir greifen an. Schauen wir mal hier rüber. Oh. Oh, 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 oh. Nimm dir das Medikin. Hol es dir. Irgendwo kam das. Ah, da ist er. Okay. Hier sind viele Leute, deswegen muss man vorsichtig sein. Zu viel unvorsichtiges Rumgerenne ist tödlich. Okay, da seh ich momentan nix. Ah, haben wir uns gegenseitig ausgeschaltet. Verdammt. Aber das macht nichts. Es geht weiter. Es geht weiter. Erstmal orientieren. Da bin ich. Okay. Nicht zu sehen hier. Ich riskiere jetzt einfach mal hier lang zu gehen. Oh. Oh. Okay, den hab ich. Da seh ich jetzt keinen. Gehen wir mal hier lang. Da oben saß doch irgendwo einer. Okay, den hab ich nicht. Handgranate ist eine gute Idee. Gucken wir mal, ob hier einer kommt. Da seh ich niemanden. Oh. Scheiße. Jetzt hab ich ihn aber. Okay, der will nicht. Oh. Den hab ich auch. Wie gesagt, man kann hier nicht einfach so durchrennen. Da muss man vorsichtig sein. Oh ja. Okay. Kann ich dich noch retten? Nein, ist schon zu spät. Hab meine Chance vertan. Wie sieht das denn hier aus? Komme ich hier vorbei? Ah, hier sieht nicht so gut aus. Ich versuch nochmal hier mein Glück. Das sieht nicht gut aus. Gehen wir mal hier lang. Ah, okay. Den hat schon mein Teammate erledigt. Gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal. Ah, das war knapp. Das war knapp. Wir riskieren's. Nein, nicht jubeln. Ah, nein. Latt doch nach. Gott sei Dank, Mensch. Den haben wir auch. Oh, jetzt geht mir aber die Munition aus. Da hilft nur noch die Pistole. Verdammt. Oh mein Gott. Okay. Rennen wir einfach mal hier. Okay. Okay. Oh, nein. Ah, ich hab da einen groben Fehler gemacht. Oh Mann. Oh Mann. Das war wohl nichts. Tja, so kann's gehen. Vielleicht wird's nächstens mal besser. Oh. Gar nicht gut. Okay. Das war keine gute Idee von mir. Nichtsdestotrotz geht's natürlich weiter. So, okay. Schauen wir mal, wie weit war hier kommt. Nicht wahr? Gehen wir mal hier. Ah, da sehe ich schon einen Gegner. Der scheint mich aber nicht bemerkt zu haben. Jetzt wird's natürlich spannend. Gehen wir hier erstmal einen Medikit hin. Oh, den hab ich sogar gewischt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich versuch's weiter. In Deckung. Ist da einer zu sehen? Nein. Ui, 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 ui. Bist du des Wahnsinns. Hier hab ich doch was gesehen. Ich bin nervös. Ups. Den hab ich. Okay. Wie ihr wisst, ich bin ein Noob. Ja, also erwartet nicht so viel von mir. Ah. Verdammt noch mal. Da sehe ich keinen. Dann rennen wir jetzt wieder zur anderen Seite. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Muss ich jetzt sterben? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich lebe noch ein bisschen. Ein bisschen lebe ich noch. Und das war's. Es ist vorbei. Oh Mann. Wir haben sogar gewonnen. Ja, wunderbar. So mag ich das. Naja. Aber insgesamt war ich natürlich nicht allzu gut, wie man sieht. Es gibt bessere. Aber das weiß ich ja. Tja. Und deswegen... Sagen wir uns mal kurz die Abrechnung an. Punkte, Punkte, Punkte. Mehr ist für mich leider nicht drin. Ich hoffe, beim nächsten Mal läuft's besser. Das soll's gewesen sein. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.